Hallo meine lieben Kreativlinge. Ja, ich habe euch ja versprochen, dass ich noch aus diesem Kaffeeset von Globaland aus der Kooperation, ich weiß immer nicht welches Video ich dann zur Kooperation nehme. Vielleicht mache ich das auch als Video zur Kooperation und das andere nicht. Aber egal, ich habe ja gesagt, ich möchte einmal alles durchtesten und ich bin echt so happy, dass das in meinem Bein da bzw. dass ich den richtigen Bein dazu gekauft habe. Ja, ich habe das schon mal weg sortiert. Das ist übrigens, aber ich werde trotzdem noch mal alles verlinken. Das ist diese Nummer. Ich werde wie gesagt trotzdem noch mal alles verlinken in der Infobox mit dem Rabattcode, der NATH10 ist. Nur mal so als Erinnerung. Wie gesagt, ich weiß nicht, was ich als Kooperationsvideo mache. Als allererstes möchte ich euch, ich habe mir mal so rangewagt, ich habe das schon mal in meine Beine da reingemacht. Also ihr seht, es passt perfekt rein. Ja, auf die Rückseite. Haha, jetzt habt ihr den Namen gesehen. Aber kein Adressen. Naja, ist nicht so schlimm. Ich hoffe es. Passt auf jeden Fall perfekt rein und ich habe mich halt so mal ein bisschen ran getestet und habe ein wenig so getüftelt und so. Und ihr seht, ich habe ein bisschen was gemacht. Mal gucken, ob ich den überhaupt noch beschrift irgendwie. Einen Plotter habe ich ja nicht, dass ich mir vielleicht Folie oder sowas hätte drauf machen können. Ist egal. Wir machen auf jeden Fall eine Art Geschenkset zusammen. Ich denke, wir fangen mit der Karte an. Ich zeige dir euch mal zuerst die Karte. Das ist die hier. Die hat einen monstermäßigen 3D-Effekt. Ich weiß gar nicht, ob ich sie einfangen kann. Da die Tasse ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Das ist halt wirklich so, ne? Genau. Da brauche ich erstmal eine Karte zu holen. Also 14,5. Also hier seht man, wobei zum Schluss, falls ich mit so einer Mitte bei 10,5. Wobei zum Schluss, ihr seht dann, dass man einiges mit dem Kaffeeset macht. Manchmal nicht nur als Binder-Set. Genau. So, ich habe mir aber jetzt keine Maße aufgeschrieben. Das ist natürlich auch sehr toll. Dann brauche ich einen kraftfarbenen Aufleger mit den Maßen 7,5. Toll, jetzt ist es gewesen. 7,5 mal 14,5. Kein Platz mehr hier. Ich schneide es einfach hier ab. Dann habe ich hier noch so ein Reststück. Das stand sich jetzt mit einer geraden Linie. Da ist Kleber dran. Mit einer geraden Linie diese Kaffeebohnen aus. Ja, reicht. Reicht. Die dicke. Mit gut Abstand hier. Ich hoffe, man sieht es. So, das tun wir weg. Die Reste einsammeln, wegschmeißen. Da ist auch kein Mensch mehr. Ja, komm her. Ach ja, ich hätte zuerst eine andere Aufgabe machen müssen. Aber gut, machen wir gleich. Und dann klebe ich mir das da hinten so auf die Rückseite drauf. Schau, dass ich den Abstand hier ungefähr gleich hinkriege. Kleber. Und das klebe ich dann schon mal auf meine Grundkarte. Weil was klebt, kann nicht mehr verschwinden. Aber über die Kaffeebohnen gehe ich dann nochmal so drüber. Ich habe keine Lust, wenn ich dann die Karte in meine Box mache, wo meine ganzen Anhaltkarten sind, dass mir die Kaffeebohnen dann abreißen. So, dann nehme ich mir so ein Stück Restepapier. Das dauert jetzt, bis das dann getrocknet ist. Nimm mir einmal... Und tschüss. Nimm mir einmal die Farbe Gatorade Twix. Ich werde alt. Mache mir Wasser hier drauf. Und titsche einmal mein Papier so richtig schön ein. Schauen, dass ich wirklich überall was habe. Ich glaube, das ist gut. Das Set, muss ich wirklich sagen, ist an meiner Kreativität sehr gekitzelt. So, da habe ich mich wirklich ausgetubt. Wobei ich noch nicht ganz fertig bin. Dann nehme ich die Farbe Ground Espresso. Hier auch nochmal ein bisschen Wasser drauf. Und titsche auch nochmal so ein bisschen rein. Das ist okay. Einfach, dass es noch ein wenig dunkler teilweise ist. Und das lasse ich jetzt gut trocknen. Gut. In der Zeit machen wir unseren weißen Aufleger. Der hat die Maße 7 mal 14. Da habe ich jetzt noch nichts. Ich hätte echt vorbereitet und das sein können. Ich überlege nur gerade. Das präge ich mir jetzt mit so einem Kaffee-Coffee-Stain-Hintergrund. Ich kann jetzt auch wieder ein bisschen wackeln, weil... Ich kann jetzt auch wieder ein bisschen wackeln, weil... Ich kann jetzt auch wieder zusammenbauen. Oh, Nase kitzelt. Den hole ich gleich wieder weg. Dann wird ein bisschen Platz hier. Und den klebe ich mir einmal auf. Schauen, dass ich gerade bin. So, das, was drüben genau steht, schneide ich einfach ab. So. 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 Und dann widme ich mich den Kaffeetassen. Diesmal habe ich mich für helles Blau entschieden. Und da habe ich aus dem Set einmal das, was ich bei meinem Beinderset als Keks genommen hab, was ich ja schon gesagt hab. Ich hab das ja als Keks genommen und den Swirl mit Marmelade. das ist eigentlich eine Untertasse tatsächlich brauche ich den Zwölm und die Kaffeetasse genau das stanze ich einmal aus ich muss das tatsächlich auf zweimal ausstanzen bei der Kaffeetasse dadurch, dass sie halt wirklich so dick ist weil die halt auch eben prägt es ist halt blöd, wenn ich dann den Rand nicht richtig hinbekomme wo es schneiden soll deswegen stanze ich es auf zweimal aus und das ist ja eigentlich ganzlich kein Problem einmal Kaffeetasse dann kommt der Umgleichsetzer bei der Kaffeetasse nehme ich mir eine kleine Kreisstandschablone die da passt ja, die passt lege ich Entschuldigung fürs Wackeln lege die mir da so dass die passt rein und stanze das ganze einmal aus somit habe ich nur den Rand genau so mein Zwölm muss ich noch ausstanzen da brauche ich noch ein Stück Papier das ist immer schwierig mit dem mit dem Arm vor meiner Nase ich schneide mir gerade Papier zurecht ich nehme da so ein bisschen cremefarbenes weil der Milchschaum ist ja auch nicht weiß sondern auch so ein bisschen wenn er mit Kaffee in Berührung kommt wird er so ein bisschen cremefarben bräunlich je nachdem so jetzt machen wir das das machen wir später das weg das vom Zwöl weg obwohl ich muss brauche die obwohl es müsste eigentlich so gehen wenn ich Glück habe müsste so gehen so die Zwöl wieder aufräumen ok weil das muss man noch ausstanzen aber das mache ich mit das Kleinen weil da brauchen wir nochmal den Kaffee die Kaffeetasse da ist sie das war noch nicht ganz trocken aber ich denke es ausstanzen wird es überleben entschuldigt dass sie wackelt ja da haben wir es hat jetzt nicht richtig ausgestanzt kann aber sein weil zu wenig Druck drauf war so und da mache ich mir jetzt einmal Klebe auf die ausgestanzte Kaffeetasse hin warum ich es nicht andersherum mache warum ich nicht den Kaffee ausstanze und dann reinklebe weil wenn ich einen Kaffee habe ist ja der Kaffeerand also die Kaffeetasse ist ja höher wie der Kaffee versteht ihr gerade? und so wäre im Endeffekt der Kaffee ja höher oder würde dann eigentlich im Endeffekt über die Kaffeetasse drüber hinauslaufen deswegen mache ich es halt so rum auch wenn es ein bisschen aufwendiger ist dann mache ich jetzt doppelseitiges Klebeband hin und zwar doppelt also erst eine Schicht dann die zweite Schicht dass ich den Deckel irgendwann mal verliere von meiner Pixennadelnudel mache ich da die zweite Schicht ab klebe es auf meinen Unterteller da machen wir jetzt auch nochmal 3D-Pads drunter obwohl ich gerade überlege wenn ich das oh ja ist eigentlich egal weil ich brauche dann noch ganz kleine Schnipselchen deswegen habe ich gerade überlegt aber ich denke das dürft ihr auch so hinkriegen gefällt das mit dem Dunklen tatsächlich ein bisschen besser muss ich zugeben so jetzt brauche ich mein braunes Papier was ich hier habe da stand sich ein paar Kaffeebohnen aus jetzt mal einmal diese Reihe hier und dann habe ich nochmal so ein paar einzelne Kaffeebohnen ja nicht ineinander rutschen das hebe ich noch auf das brauche ich auch nochmal die Kreisstampfe kann ich weg tun weil die brauche ich eigentlich nicht mehr weil was weg kann ist schon mal weg irritiert mich dann auch schon nicht mehr gut dann machen wir jetzt auch 3D-Pads drunter das wird sehr fusselig ach ja da ist noch eine genau die habe ich vorher noch übrig gehabt das wird jetzt etwas fusselig aber ich wollte halt alles hat einen 3D-Effekt und alles ist ein bisschen abgehoben und dann wollte ich nicht dass die Kaffeebohnen halt so brach liegen sondern schon auch ein bisschen, äh, ja, ne höher liegen ich muss meine Schere dann definitiv zusammen machen so fixe Nadel Nudeln da rollt der Deckel soll ja irgendwann rollen der mir davon und ich finde sie nie wieder und ich finde sie nie wieder so die lasse ich über den Rand bis hinüber hinaus drüber hinaus gucken machen wir so da ist ein Stück Papier und die 3 Stück verteile ich so ich hoffe man sieht wie toll die geprägt sind ich zeige es gleich nochmal von nahem in der Kamera also die sind mega toll geprägt muss ich wirklich nicht mehr viel machen genau so jetzt brauchen wir noch ein Löffelchen da habe ich so metallischen Cardstock auch ein Rest aber bin ich froh dass ich die Reste dann habe weil das kann ich eben für sowas nutzen so also da ist wahnsinnig viel dabei in diesem Set kann ich absolut nicht meckern brauche ich dann nochmal mache ich hier in der Mitte vom Löffel nur so ein bisschen Kleber drauf weil der kommt jetzt da so unten drunter und dann machen wir noch einen Text dazu bin ich froh wenn mein Schreibtisch wieder ein bisschen aufgeräumt ist ein kleines Hallo ja passt dann machen wir jetzt ein Fähnchen draus oh ich glaube das habe ich ein bisschen knapp abgeschnitten das klebe ich weil ich dieses Weiß auf Weiß ein bisschen langweilig fand klebe ich jetzt auf den selben hellblauen Hintergrund wie ich meine Kaffeetassen alles ausgestanzt habe und schneide mir quasi eine Art Rahmen so das kann jetzt weg und dann machen wir auch hier nochmal 3D Pads drauf oh je Tatütata bei uns auf der Autobahn kracht das im Moment richtig richtig heftig also häufig das ist schon immer normal so und dann kommt das da hin ja da wäre könnte man jetzt natürlich auch Einladung hin stempeln dann könnte man eine Einladung zum Kaffee trinken ne aber ja ich lade sehr wenig Leute an weil die meisten wohnen sehr weit weg ja aber ich finde das Dunkel tatsächlich besser irgendwie aber so habe ich eine Karte gemacht also ich finde dieses Set richtig vielseitig und da ich ja gesagt habe ich möchte so eine Art Geschenkset zusammen machen mit euch machen wir jetzt noch eine Box in der wir vielleicht ein paar Kekse unterhalten Nashi ich sage jetzt mal den Überbegriff Nashi reinpacken könnte und zwar eine ja Pillowbox Geschenkbox ich habe die hier noch offen gelassen wenn ich das dann verpack verschenke mache ich Glutdots rein genau aber hier habe ich sie zugeklebt da ist sie fest ja man können sie natürlich auch mit so einer Klammer zumachen oder so aber ich mache das halt eben mit Glutdots dann oder mit Tombowkleber mal gucken so dafür brauche ich erstmal ein Stück Cardstock in Maßen 13,5 x 13,5 ja stimmt schon ich habe nur gerade überlegt äh 13,5 x 20 entschuldigung und ich hoffe ich denke dass ich hoffe und ich habe viel zu schreiben dass ich die Masern in Wubox schreiben werde so das falze ich jetzt einmal auf der langen Seite bei bei ist das skrumm bei 1 bei 3 dann drehe ich mir das einmal um 360 grad rum bei 10,5 und bei 12,5 so so sieht aber irgendwie schief aus es ist irgendwo schief ich habe keine Ahnung naja egal da vorne da vorne habe ich jetzt diese 1 cm dann lege ich die mir hochkant hin und falls das ganze ja das ist schief das ist fehl jetzt halb 1 cm oh mein gott das ist definitiv schief gewesen hatte ich recht ok dann weise ich mir das ganze nochmal bei einem cm bei 3 bei 10,5 und nochmal bei 12,5 da muss ich mir mal die Ecke weg machen so das was ich dann mache ist mit dem mit einem dotting tool ich muss jetzt selber kurz überlegen wir haben ja hier das quadrat also hier ist meine klebelasche dann habe ich ja hier ein quadrat und hier ein quadrat da ist es mache ich mir jetzt hier oben jeweils in der mitte eine markierung also in meinem fall oder was heißt es in meinem fall ist es jeweils über 1 cm eine markierung hier auch mit dem licht ist es echt doof für mich und eine markierung hier mache ich auf der anderen seite auch mit dem licht ist es echt bescheiden und eine markierung hier und dann von dieser markierung mache ich mir die schrägen jeweils zu den eckpunkten einmal zweimal schau das so aus naja das erkennt man ganz gut ähm die idee zu der box war auch nicht meine das war ach god youtube kanal stempel doch mal oder so fällt mir jetzt nicht ein weil während ich das alles gebastelt habe ich habe zuerst die box gebastelt weil ich die ganz cool fand sie hat auch kaffeeset benutzt aber ein anderes ähm ja ich habe abgeguckt habe ich dann was anderes dann habe ich nebenbei youtube geguckt dann habe ich also ich will mich da jetzt nicht brüsten damit und danach habe ich die karte gemacht weil ich gedacht man mach so eine art geschenkset draus und ja einmal das hier dann designerpapier in den maßen 7 x 19 cm ich habe mich für so ähm ja marmordesign entschieden ach ne die seite habe ich genommen jetzt weiß ich es wieder genau die seite habe ich genommen kann aber auch marmordesign nehmen aber dann wird das nicht zu passend zum gold sein egal mache ich mir einmal ringsrum kleber drauf wirklich bis in die ecken und was ich dann mache wir haben hier oben unsere klebelasche was ich aber dann noch mache ist genau an diesen kanten weil das designerpapier kommt ja so drauf quasi neben den falzlinien kleber drauf dass es auch wirklich wirklich hält und ich ziehe es auch nicht bis ganz raus aber dass es halt auch wirklich wirklich hält weil wir falzen ja das papier quasi mit und ja und da vorne die klebelasche lassen wir frei so ein bisschen guck drüber und dann falze ich einmal alles nach ich tue das jetzt aber erstmal entgegengesetzt falzen weil das papier hier also mein cardstock der mag das nicht immer wenn ich das direkt umfalz also so wie es gehört der mag das nicht immer manchmal reißt es dann ein manchmal nicht manchmal nicht irgendwas hat jetzt knirscht so die seiten werden nach innen gefalzt und die seiten außen die sind zentimeter werden so nach oben gefalzt also das nach innen und das nach außen und die knicke die knicke ich einfach so um irgendwo ne passt schon ich hab grad gedacht so gut jetzt kleben wir das zusammen wenn wir gut geschnitten und gut gefalzt haben müsste das jetzt eigentlich aufeinander passen bei mir irgendwie nicht das ist immer wieder das typische video bei mir passt das jetzt nicht aufeinander und ich hab gesaugert aber da kommt dann mein Lieblingstool zum Einsatz so jetzt dekoriere ich das Ganze dann nehme ich jetzt erst einmal so ein bisschen doppelseitiges Klebeband machen wir da so zwei Streifen drauf dann habe ich hier so ein Nylongarn dann schneide ich mal einmal was ab dann mache ich die Schutzfolien ab dann mache ich die Schutzfolien ab und dann versuche ich das so ein bisschen in Form zu bringen und dann versuche ich das so ein bisschen in Form zu bringen deswegen auch das Klebeband weil das dann ein Ticken einfacher ist so ein bisschen Form rein zu bringen schaut jetzt noch sehr gruselig aus aber ja dann habe ich hier so einen Wellenkreis ausgestanzt in Gold der hat circa 6,5 cm Durchmesser dann mache ich jetzt 3D Pads drunter ja die darf ich die wieder tief sauber machen lässt sich schon gar nicht mehr aufmachen fast und dann da so drauf und dann habe ich die Kaffeekanne einmal ausgestanzt das sind so ein Gelb einen Untersetzer und die Kaffeetasse da ja das alles nur einfarbig ist male ich mir das jetzt einfach mit Alkoholmagern oh Gott aus gar nicht so einfach vor allem wenn man ordentlich arbeiten will das ist geschafft da mache ich jetzt einmal den Rand gerade weil das Licht so von vorne kommt aber ich brauche definitiv ein Licht hier weil sonst Youtube dunkelt nochmal nach und umso weniger seht ihr dann also ich male jetzt auch nicht wunderschön aus gell so in der Regel noch ein Schmierblatt und da male ich den Kopf der Kaffeekanne aus aber mit Rand deswegen das Schmierblatt sonst habe ich am Rand hier so weiß beziehungsweise ja cremefarben in dem Fall und das will ich nicht ich finde schwarz das riecht immer wie Marzipan das ist wie das Stason das riecht auch immer wie Marzipan wenn man saugen macht oder Persipan die Bäcker kennt's so hatte ich jetzt ja genau auf die Tasse Kaffeetasse mache ich ein kleines Stück 3D Pad hier unten hin jetzt so lange ertragte ich mich schon kommt dann da hin kommt dann da hin dann kommen auf den Rest auch jeweils nochmal 3D Pads so auf die Kaffeekanne einmal einmal zweimal so jetzt machen wir dann nochmal ich drücke mir die Fingernägel quasi so da rein und auf der eine Seite klebe ich das ja wie gesagt komplett zu so dann kann das nämlich schon mal anziehen nicht hier vergessen weil hier ist auch nochmal kleine Lasche dann mache ich das mit Klammern fest wie gesagt wenn ich das ganze dann verschenke werde ich entweder Tombo Kleber nehmen lass den antrocknen weil dann ist er ja sticky oder Glutdots so und dann brauche ich noch einen Löffel wie gesagt das brauchen wir nochmal dann ich möchte auch noch ein Album machen mit dem Set vielleicht mit dem Set ich weiß es noch nicht weil ich habe mir die anderen ja bestellt es ist schlimm ich kann euch sagen es ist schlimm Globaland macht mich arm entweder mit dem Set oder mit einem anderen Set weil ich habe mir die anderen bestellt auch dann machen wir noch zwei kleine Kaffeeböhnchen das geht nicht weg das geht nicht weg das geht nicht weg so auf die mache ich jetzt nur gucken dass die richtig rum sind mache ich auch Mini Fuzzle 3D Pads wirklich Mini Fuzzles ich weiß gar nicht ob es überhaupt so kleine Mini 3D Pads gibt es gibt ja quadratische ich weiß gar nicht ob es welche gibt so ganz winzig ich muss meine Pizzinadelnudeln noch mal ein bisschen in Form bringen einmal da hin einmal da hin einmal da hin und den Löffel klebe ich einfach so hin so und wie gesagt das klebe ich dann zu wenn ich es brauche wenn ich es verschicken möchte machen wir mal für das Bild ab genau und so hätte ich quasi jetzt ein Geschenkset Kaffee Einladung wie gesagt da kann man dann so ein Cookies wie heißen sie so Kaffee Cookies Kaffee Kekse rein machen oder dann vielleicht Einladung und dann hätte man noch eine persönliche Kaffee Einladung also ich finde das Set richtig toll wie gesagt ich weiß nicht ob ich daraus ein Album machen werde oder aus den anderen Sets aber ich finde das Kaffee sind echt toll so vielseitig wie ich gesagt habe das ist ne nicht nur beiden das sondern ich kann eine Geschenkschacht draus machen eine Karte ein Album könnte ich jetzt draus machen aber das werde ich heute nicht machen aber genug wanschaue ob es das Video in einem splittet ich hoffe es nicht aber gut ich sage danke, danke fürs Zusehen wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bis dahin wünsche ich euch eine schöne kreative Zeit bleibt gesund bye bye und bis dahin wünsche ich euch schlug